Herzlich Willkommen zu unserer Eröffnung für die kleinen Automaten. Momentan sind wir in Edeka Neustadt. Es ist wirklich ganz einfach, einfach vertrotten, durchspielen und die Schüge einfach zurückdrücken. Also Schülspülerei, Saubermachen oder sie haben schon welche daheim, geht natürlich auch. Mitbringen und zappen. Das sind keine Brandflaschen, sondern hier eine, die sich selber immer wieder mitbringen. Also auch die Plastikflaschen? Nein, das sind Einwegflaschen. Für die Flaschen von unseren Milchsteaks, diese gebt ihr bitte in den gelben Sack, denn wir bezahlen dafür, dass die dann auch recycelt werden müssen. In dem Fall ist es wirklich, es sind Kunststoffflaschen einfach, weil sie mitnehmen heute sind. Ganz einfach. Das kann ich dann. Genau. Und wir stehen jetzt nur heute da vorne, ansonsten müssen wir dann hinten bei der Fleischtheke wieder. Okay. Nur. Ja. Und dann, tạiu... Das war alles. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020